hallo alle leute ich heiße jill und ich wohne in san francisco ich bin mitglieder mit der deutschen gastfamilie ich bin hier in der stadtteil der teil heißt noe valley und gibt es hier ein schönes bild ich liebe kalifornien mit der bär wir sehen das meine drei lieblingswörter sind überraschung gefrierfach und lorelei tasse und diese wörter sind aus dem video 76 überraschung gefrierfach lorelei tasse und ja das ist alles also viele grüße aus kalifornien und bis später